Willkommen zurück, Leute, zu Xenoblade Quanticoids. Im letzten Part wurden wir mal richtig genutzt. Zum Schluss. Nur weil ich Dunbar mit Melia gewechselt habe, kommt mir vor. Naja. Egal. Dafür bekommen wir jetzt alle, was wir verdienen. Wieso eigentlich, Auras Siege Schub? Hat ja irgendwelche Stacheln andere Sachen. Wieso eigentlich Auras Siegeschub? I'm afraid not. Nur 755 Schaden. Melia hat die Zukunft alleine geändert. Wir waren auf einen. Ist besser so. Aber wir sind hier. Einfach schön drauf. Melia ist down. Kein Grund down zu sein, Melia. Ach komm, diese Arbeitsbienen sind doch nervig. Wir sind wieder alle vereint, oder? Wir können definitiv tun das. Wir sind noch nicht in mir. Ja! Alles, alles, alles! Du! 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 Melia ist gleich wieder down, und ich auch, was noch mehr, Kettenangriff, wenn noch mehr kommen Du machst Hä? Ach der? Ah, der hat es wieder erstanden. Mal Schutzhaltung aktivieren, nehme ich weniger Schaden. Hilft aber nur gegen physische Angriffe. Okay, du scheinst der letzte zu sein. Windböe 3. Na, du bist schlecht. Ich will doch nur diese Sammel-Items. Aber wenn ihr meint, dass ihr mich unbedingt stören müsst. Da sind wieder jede Menge. Und ich glaube, da bin ich heute das letzte Mal gestorben. Okay, du bestämmerst der Stärkere. Du warst mal der Stärkere. Ach komm, du mit deinem scheiß Energieschuss. Ja, darf ich mich mal bewegen? Der nächste mit Energieschuss. Wer? Ach du! So, das hast du jetzt da vorne. Okay. All white. Hm, 600% nur. Ach, wieder kein Glück. Und ihr seid schuld, dass ich ein Glück habe. Ja. 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 Nichts. Oh, ich mach mal. Und wieder standen. Last to be. Ouch. Ich bin gerade wieder down. I can't believe it. Ich bin jetzt schon down. Okay. Okay. Ich bin jetzt weg. 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 Ich fühle mich, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich bin jetzt weg. 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 Hmm. Sag Entschuldigung, mehr Schwächungen schaden, Schaden pro Schwächung. Dann eben nicht. Ich bin in der Schule, ja. Ich bin in der Schule, ja. Mir reicht's langsam mit euch. Ich bin in der Schule, ja. Ich bin in der Schule, ja. Stürme macht zum Glück nicht so viel Schaden, wollte ich sagen. Ich bin in der Schule, ja. Ich bin in der Schule, ja. Ich bin in der Schule, ja. Ja, also mit ein weniger ist es schon deutlich schwerer. Ich bin in der Schule, ja. 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 Ach ja. Achja, er hat ja noch keine andere Monado Technik. Dann eben Blutung. Ich nehme dich zuerst vor. Na bitte. Jawohl. Jawohl. Juhu, jetzt habe ich alle fünf. Und dann mal schnell zurück zum Dorf. So, Rizaka wird glaube ich nur tagsüber da sein. Jep. Vier Sterne, what the hell. Juhu, yeah. Hast du eigentlich neue Ware? Nein. Ich weiß nicht mehr, was das Tempovisier kaufen wird. Und das Kraftvisier ja auch noch, weil das wird sich jetzt glaube ich nicht mehr ausgeben. Egal, ich habe einiges zu verkaufen. Zum Beispiel das hier und das hier und das hier. Vielleicht so viel Ungarn kann nur in einer Nacht gemeistert werden. Das ist ein Meckernschwert, da kann ich auch. Die Kaiserstadt, die erhalten wir mal. Mal die ganzen Waffen hier verkaufen. So, okay, dann das hier. Wechseln wir mal zu Tempoausrüstung. Das ist ein Meckernschwert. Nice. Agilität plus 40. Nicht schlecht. Wutrund auf 14%. Und Hass auf 40%. Und Kraft. Wie ne Maschine. Wut auf 15%. Umwerfresistent. Direktheilung und Druckwurfresistent. Aber dafür sehr wenig Agilität. Die sieht auch besser aus. Die sieht auch besser aus. Jetzt muss ich Rizaka wieder suchen oder was? Ich möchte noch die zweite Quest von dir. Neonic. Hat jemand Rizaka gesehen? Das haben wir gleich. Nein, nein, nein. Fizzaka. 6 bis 18 Uhr. Und jetzt ist 10 Uhr. Da bist du ja. Aber wieso hast du keine zweite Quest? Jetzt möchte ich auch sagen um Ronics Sohn. Muss ich jetzt wieder mit jemandem reden oder? Wohin. Ähm. Jaaa, Fragezeichen. Jaaa, Fragezeichen. Besorgt um ihren Sohn. Besorgt um ihren Sohn. Vronik, bist du da oben? Kassat? Und woher soll ich Vroniks Sohn kennen? Hm, als große Schwester. Vronik macht sich groß, ist auch nachvollziehbar, wenn es gibt, nicht wichtiger ist als die Familie. Ich habe als erst eine große Schwester, deshalb kann ich mich gut in Vronik hineinversetzen. Ähm, ja, hallo, ich möchte aber diese Quest annehmen. Naja, ich werde bis zum nächsten Part schauen, was ich da machen muss. Bis später.